In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man trigonometrische Gleichung lösen kann. Bei den Beispielaufgaben handelt es sich dann um prüfungsähnliche Aufgaben auf Abi- bzw. Fachabi-Niveau. Sehr vereinfacht gesehen gibt es grundsätzlich zwei Arten von trigonometrischer Gleichung und die können beispielsweise so aussehen. Den Unterschied erkennt man bei dem Term in der Klammer der Sinus- bzw. Cosinus-Funktion, also wenn wir die erste Gleichung betrachten, dann steht vor dem x eigentlich eine unsichtbare 1. Können wir mal hier eintragen. Und bei der zweiten Gleichung, ich glaube ganz gut erkennbar, da steht vor dem x eine 4. Das heißt, bei der ersten Gleichung handelt es sich um die sogenannte Standardperiode von Sinus und Cosinus und die beträgt immer 2pi. Und bei der zweiten Gleichung handelt es sich um eine veränderte Periode, die natürlich verschieden ist von 2pi. Es ist an dieser Stelle nicht wichtig zu wissen, wie groß diese veränderte Periode ist, sondern ihr müsst nur in der Lage sein, anhand der Gleichung zu entscheiden, ob die trigonometrische Funktion eine Standardperiode besitzt, also 2pi, oder nicht. Auch wenn wir uns gleich mit prüfungsähnlichen Aufgaben beschäftigen werden, will ich zuerst ein sehr einfaches Beispiel vorrechnen, damit ihr die grundsätzliche Vorgehensweise frisch in Erinnerung habt. Und hier ist die Aufgabe. Wir haben eine trigonometrische Gleichung, die wir im Bereich 0 bis 2pi lösen müssen. Und bei näherer Betrachtung sollte euch auffallen, dass es sich hier auf jeden Fall um die Standardperiode 2pi handelt. Okay, dann müssen wir natürlich diese Gleichung so umformen, dass diese Sinus x irgendwann mal alleine auf der linken Seite steht. Dafür bringen wir zuerst die Plus 2 mit Minus 2 auf der anderen Seite. Entsprechend haben wir dann hier 2 Sinus von x ist gleich Minus 2 und dann noch geteilt durch 2. Somit ist Sinus von x gleich Minus 1. Gut, wie geht jetzt weiter? Naja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Einmal könntet ihr den Taschenrechner benutzen. Das machen wir hier in diesem Tutorial allerdings nicht. Zweitens, man könnte den Einheitskreis benutzen oder eine Wertetabelle für die Sinusfunktion oder, was ich persönlich am einfachsten finde, das Schaubild der Sinusfunktion für eine Periode. Ich habe jetzt beide Schaubilder hier abgebildet, Sinus und Cosinus. Wir schauen natürlich nur auf die grüne Kurve. Das ist die Kurve der Sinusfunktion. Okay, wie kann man das benutzen? Anhand der Gleichung suchen wir ein x-Wert, sodass die Sinusfunktion den Wert Minus 1 annimmt. Das heißt, am Schaubild Minus 1 ist hier auf der y-Achse. Und jetzt bewegen wir uns nach rechts, bis wir die Sinusfunktion treffen. Das wird hier an diesem Punkt sein. Und die passende Stelle dazu lautet dann entsprechend 3pi halbe. Und wie ihr gerade, glaube ich, gut erkennen könnt, ist das die einzige Lösung dieser Bereiche 0 bis 2pi. Also, das heißt für uns, x ist gleich 3pi halbe. Und das ist die Lösung für unsere trigonometrische Gleichung. Wir wollen natürlich schwierigere Gleichungen lösen. Deshalb brauchen wir auch komplexere Ansätze. Es gibt vier Ansätze, die euch an dieser Stelle weiterhelfen können. In erster Reihe der sogenannte Satz vom Nullprodukt, beziehungsweise dieser Satz vom Nullprodukt kann auch im Zusammenhang mit Ausklammern vorkommen. Zweitens Substitution und auch die Substitution kann im Zusammenhang mit der sogenannten ABC-Formel oder Mittenachsformel vorkommen. Diese vier Ansätze sollten eigentlich genügen, um jede Abituraufgabe lösen zu können. Natürlich werden wir jetzt zu jeder dieser vier Ansätze eine Beispielaufgabe lösen. Bei der ersten Beispielaufgabe werden wir, wie oben angedeutet, diesen Satz vom Nullprodukt benutzen. Bevor wir damit loslegen, geht es wieder darum zu entscheiden, ob diese Gleichung eine Standardperiode hat von 2pi oder nicht. Wenn wir die zwei Funktionen, Cosinus x und Sinus x, anschauen, dann können wir leicht entscheiden, dass es sich um die Standardperiode handelt. Weiter. Wieso ein Satz vom Nullprodukt? Beim näheren Betrachten der Gleichung solltet ihr erkennen, dass es hier eigentlich zwei Terme gibt, die mit Mal verknüpft sind. Okay, ob dieses Malzeichen so auffällig wie hier dargestellt ist oder nicht, es gibt dazwischen auf jeden Fall Malzeichen. Und aus diesem Grund kann man behaupten, weil das Ergebnis Null ist, dass entweder die linke Seite vom Produkt Null sein kann, also Cosinus von x kann Null sein oder die rechte Seite. Die rechte Seite ist natürlich der Inhalt dieser Klammer. Das bedeutet, Sinus x minus 1 könnte eventuell Null sein. Betrachten wir die linke Seite. Umformen können wir hier nicht mehr, das heißt, wir brauchen wieder unsere Schaubilder. So, die Cosinus-Funktion ist natürlich die blaue Funktion und wir suchen in diesem Bereich wieder 0 bis 2pi, alle x-Werte, wo die Cosinus-Funktion 0 sein wird. Naja, das sind genau die Nullstellen der Cosinus-Funktion. Das heißt, wir haben hier eine Nullstelle und wir haben hier eine Nullstelle. Also dieser Ansatz bringt uns dann zwei Lösungen mit sich. Einmal x1 ist gleich pi halbe und zweitens x2 ist dann 3pi halbe. Auf der rechten Seite müssen wir noch ein bisschen umformen. Wir bringen die minus 1 mit plus 1 rüber und entsprechend haben wir dann Sinus x ist gleich 1. Jetzt betrachten wir die grüne Kurve und wir suchen den x-Wert, sodass die Sinus-Funktion den Wert 1 annimmt. Also hier ist 1 auf der y-Achse. Wir gehen nach rechts und hier an dieser Stelle treffen wir dann auf die Sinus-Funktion. Das bedeutet, die Lösung wäre wieder pi halbe. Natürlich ist das eine doppelte Lösung. Wir hatten sie schon auf der linken Seite. Also hat die Gleichung nur zwei verschiedene Lösungen, pi halbe und 3pi halbe. Und hier ist die zweite Beispielaufgabe. Wir schauen erneut unsere Gleichung an und entscheiden zuerst, ob es die Standardperiode ist oder nicht. Ich hoffe gut erkennbar. Auch hier handelt es sich um die Standardperiode 2pi. Dann, wie bereits oben angedeutet, wir brauchen hier erneut diesen Satz vom Nullprodukt, aber im Zusammenhang mit Ausklammern. Das war wieso. Wenn wir jetzt die Gleichung anschauen, dann erkennen wir, dass es sich nicht um ein Produkt von zwei Termen handelt, sondern es ist eher eine Differenz. Aber die zwei Terme haben was gemeinsam, und zwar dieser Cosinus x. Aus diesem Grund können wir zuerst dieser Cosinus x nach vorne vor eine Klammer ziehen, oder kurz gesagt ausklammern. Und in der Klammer schreiben wir dann nur das, was noch übrig ist hin. Also bei den linken Termen bleibt ja nur noch Sinus x übrig. Und auf der rechten Seite, wenn wir das Cosinus wegnehmen, dann bleibt ja natürlich die Minus 2. Und das Ganze ist 0. Und spätestens jetzt haben wir wieder ein Produkt, also können wir wieder diesen Satz vom Nullprodukt anwenden. Heißt, linke Seite kann 0 sein, eventuell. Also Cosinus von x ist 0. Oder die rechte Seite, das heißt Sinus von x minus 2, könnte eventuell 0 sein. Natürlich brauchen wir wieder unsere Schaubilder. Für die linke Seite schauen wir wieder auf die Cosinusfunktion, das ist die blaue Funktion. Und das ist wie bei der Aufgabe davor. Also Cosinus von x muss 0 sein. Das passiert hier bei Pi halbe und bei 3 Pi halbe. Schreibt dann kurz die 2-Lösung hin. x1 ist gleich Pi halbe. Und x2 ist dann 3 Pi halbe. Und auf der rechten Seite müssen wir natürlich noch ein bisschen umformen. Wir bringen die 2 rüber. Und dann haben wir Sinus von x ist gleich 2. Also, kurz gesagt, wir suchen ein x-Wert, sodass die Sinusfunktion den Wert 2 annimmt. Okay, dann schauen wir auf die y-Achse, wo der Wert 2 ist. Wert 2 wäre hier an dieser Stelle. Und egal wie lange wir nach rechts oder nach links gehen, ihr kennt, die Sinusfunktion werden wir niemals treffen. Das bedeutet, dieser Wert ist außerhalb des Wertebereichs, kann man sagen. Und dieser Ansatz bringt dann keine Lösung mit sich. Entsprechend haben wir nur diese 2 Lösungen auf der linken Seite. Aufgabe 3. Als erstes sollte euch auffallen, dass es sich mal wieder um die Standardperiode 2 Pi handelt. Zweitens, habe ich da oben schon angedeutet, handelt sich hier um Substitution, beziehungsweise ABC oder Mieternatzformel. Wieso ist das überhaupt alles notwendig? Wenn ihr die Gleichung näher betrachtet, dann sollte euch auffallen, dass die Gleichung aus drei verschiedenen Termen besteht. Also wir haben einmal dieses Cosinus Quadrat von x, dieses Cosinus x und die Minus 2. Und leider haben diese drei Terme nichts gemeinsam, also kein Cosinus von x gemeinsam. Deshalb können wir auch nicht ausklammern hier. Aus diesem Grund müssen wir substituieren. Substituieren zur Erinnerung bedeutet ersetzen. Und man kann es abkürzen mit Subst an dieser Stelle. Und zwar, wir ersetzen was Komplizierter durch was Einfacheres. Kompliziert ist natürlich nur dieses Cosinus von x. Und das kann man ersetzen mit irgendeiner Buchstabe. Ich entscheide mich jetzt für u. Prinzipiell kann man auch noch andere Buchstaben nehmen. Okay, wenn Cosinus x u ist, dann wird aus der Cosinus Quadrat von x natürlich ein u hoch 2. Und entsprechend haben wir dann u hoch 2 minus u. minus 2 soll 0 sein. Und um diese Gleichung zu lösen, braucht ihr natürlich diese ABC-Formel. Ich blende jetzt schon mal die Schaubilder von Cosinus und Sinus-Funktionen ein. Die werden wir sowieso früher oder später brauchen. Und dann noch zur Erinnerung dieser ABC-Formel, für den Fall, dass sie man vergessen hat. Also, dann wenden wir sie hier an und sagen u1,2 ist gleich. Als erstes haben wir minus b. b ist minus 1. Also minus minus ergibt plus 1. Dann plus minus Wurzel aus b². Minus 1 ins Quadrat ist das gleiche wie 1 ins Quadrat. Minus 4 mal 1 mal minus 2. Und das Ganze natürlich geteilt durch 2 mal 1. Gut, entsprechend sollte man zuerst vielleicht mit der Wurzel hinten anfangen. Da haben wir 1 aus 2 sind 1. Und minus 4 mal minus 2 sind 8. 1 plus 8 sind 9. Also wir haben eine Wurzel aus 9. Und Wurzel aus 9 sind 3. Durch 2. Und somit haben wir dann zwei Lösungen raus. Einmal 1 plus 3 sind 4. Geteilt durch 2 kommt 2 raus. Und die zweite Lösung. 1 minus 3 sind minus 2. Geteilt durch 2 sind minus 1. Okay, schön und gut. Wir haben jetzt allerdings nur die Lösung der Substituintengleichung. Und wir brauchen natürlich die x-Werte. Im Bereich 0 bis 2pi. Deshalb nach jeder Substitution kommt natürlich auch eine Resubstitution. Schreibt hier abgekürzt Resubst. Und für die Resubstitution schaut man immer auf die eigentliche Substitution. Die sagt euch dann, was zu tun ist. Also wir haben hier oben Cosinus x ist gleich u. Und wir haben Werte für u rausbekommen. Dann setzen wir sie natürlich dort oben ein. Denn erste Möglichkeit wäre, dass die Cosinus-Funktion, also Cosinus x, gleich 2 ist. Und die zweite Möglichkeit wäre dann, dass Cosinus von x minus 1 ist. Gut, und jetzt schauen wir am Schaubild, was die Lösungen für unsere Gleichung sind. Cosinus von x ist gleich 2. 2 befindet sich wieder hier oben. Und die Cosinus-Funktion, also die blaue Kurve, wird natürlich diesen Wert niemals erreichen. Das bedeutet wieder für uns, dieser Ansatz bringt keine Lösung mit sich. Zweitens haben wir noch Cosinus von x ist gleich minus 1. Minus 1 ist hier an der y-Achse. Wenn wir jetzt nach rechts gehen, dann treffen wir genau an dieser Stelle und an diesem Punkt auf die Cosinus-Funktion und die Stelle ist dann natürlich pi. Also die einzige Lösung im Bereich 0 bis 2pi lautet x ist gleich pi. Und hier ist unsere letzte Beispielaufgabe. Prinzipiell sieht sie viel, viel einfacher aus als die anderen. Allerdings, beim Näheres betrachten, sollte euch auffallen, dass es sich jetzt hier um eine veränderte Periode handelt, wegen dieser 2 vor dem x. Und das benötigt natürlich auch eine Art Substitution. Nur im anderen Sinne als bei der Beispielaufgabe davor. Also das Problem ist, wir wissen, am Ende nutzen wir immer die Schaubilder, um die Gleichung zu lösen. Wenn es jetzt aber eine veränderte Periode gibt, dann können wir diese Schaubilder nicht mehr nutzen. Und deshalb müssen wir praktisch diese Funktion wieder vereinfachen. Das heißt, wir substituieren jetzt diesen Term, was sich in der Cosinus befindet. Also wir ersetzen dieses 2x durch einen u. Dann sieht die Gleichung wie folgt aus. Minus 2 Cosinus von u minus 2 ist gleich 0. Wenn wir jetzt die Funktion betrachten, handelt es sich wieder um die normale Cosinus-Funktion mit keiner veränderte Periode. Also, das heißt für uns, wir können wieder ruhig unsere Schaubilder benutzen. Okay, so wie vorher, formen wir es mal um, sodass die Cosinus-Funktion alleine auf einer Seite steht. Das bedeutet erstmal die hintere minus 2 mit plus 2 rüber. Dann haben wir minus 2 Cosinus von u ist gleich 2. Dann teilen wir noch durch minus 2. Und dadurch haben wir dann am Ende Cosinus von u ist gleich minus 1. Und jetzt können wir in Ruhe dieses Schaubild hier nutzen. Also wir schauen wieder auf die blaue Kurve für die Cosinus-Funktion und suchen alle x-Werte, beziehungsweise in diesem Fall u-Werte, wo die Cosinus-Funktion minus 1 ist. Also minus 1 hier auf der y-Achse. Und in diesem Bereich, das wir betrachten jetzt, wäre nur hier ein Punkt. Also, wir hätten hier eine Lösung. Dann können wir auch sagen, u1 ist gleich Pi. Allerdings müsste das nicht die einzige Lösung sein in diesem Bereich 0 bis 2 Pi. Und zwar, wieso nicht? Wir suchen eigentlich ursprünglich nicht u, sondern wir suchen natürlich x. Das heißt, der Bereich ist für x gedacht und nicht für u. Aus diesem Grund sollen wir vielleicht noch ein paar weitere Lösungen für u bestimmen. Um die herauszufinden, müsst ihr euch nur an ein paar Eigenschaften der trigonometrischen Funktionen erinnern. Und zwar, jeder Punkt auf der Kurve wiederholt sich mit der ganzen Periode. Das heißt, wenn wir die nächste Lösung möchten, müssen wir einfach zu unserer ersten Lösung hier, zu Pi, einfach die ganze Periode addieren. Und die ganze Periode bei dieser Funktion, da handelt es sich wieder um 2 Pi. Und dieser Punkt, den wir suchen, also die nächste Lösung wäre ungefähr hier in dem Bereich, wenn man die Kurve verlängert. Also, das heißt, u2 wäre dann einmal unsere erste Lösung plus die ganze Periode, 2 Pi. Entsprechend haben wir dann 3 Pi. Und vielleicht noch eine Lösung, sicherheitshalber. U3 wäre dann praktisch die zweite Lösung, 3 Pi. Plus nochmal eine ganze Periode, nochmal 2 Pi, dann sind wir bei 5 Pi. Okay, ich glaube, das reicht erstmal an Lösungen für u. Und um die passende x-Werte zu bestimmen, müssen wir natürlich wieder rest-substituieren. Also, dann schreibe ich das kurz hin. Rest-subst, abgekürzt. Wir schauen natürlich dafür wieder auf unsere Substitution. Das ist die hier. Also, wir haben jetzt Werte für u rausbekommen. Die setzen wir hier ein und formen entsprechend nach x. Erste Möglichkeit lautet 2x ist gleich Pi. natürlich geteilt durch 2. Somit haben wir dann x ist gleich Pi halbe. Und wir schauen dann in unserem Bereich. Natürlich liegt Pi halbe in diesem Bereich 0 bis 2 Pi. Also, die Lösung ist okay. Zweite Möglichkeit. 2x ist dann 3 Pi. Teilen wir auch durch 2. x ist dann 3 Pi halbe. Und 3 Pi halbe ist das gleich wie 1,5 Pi. Also, natürlich liegt das auch in diesem Bereich. Also, die Lösung ist auch okay. Und bei der letzten. 2x ist gleich 5 Pi. Wenn wir hier durch 2 teilen, haben wir natürlich für x ist gleich 5 Pi halbe. Aber 5 halbe sind 2,5. Das bedeutet, diese Lösung liegt außerhalb des Definitionsbereichs. Das interessiert uns nicht. Also, die ist out. Letztendlich haben wir dann im Bereich 0 bis 2 Pi. Nur diese zwei Lösungen. Also, Pi halbe und 3 Pi halbe. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ihr habt bereits gemerkt, es ist sehr vorteilhaft, wenn man die Schaubilder der Sinus- und Cosinus-Funktion auswendig kennt. Natürlich spielen auch die Eigenschaften, wie Verschiebung, Streckung, Spiegelung, eine wichtige Rolle. Die Gleichung kann man auch für die Bestimmung der Nullstellen, Extrempunkte oder Wendepunkte nutzen. Und für Studenten gibt es natürlich auch schwierigere Gleichungen, die man mit Hilfe von Additionstheoremen löst. Wenn Bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn Euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.